Das 38. Flugplatzfest Das 38. Flugplatzfest war vom Samstag, den 13. bis einschließlich Montag, den 15. August 2016. Sucher jeden Alters kamen dank des großen Rundflugangebotes, auch wegen des bunten Rahmen- und Kinderprogrammes, gleichermaßen voll auf ihre Kosten. An allen drei Tagen wurden beeindruckvolle Motor-, Segel- und Modellkunstvorführungen, Fallschirmspringer, Hubschrauberstarts, und das romantische Ballon-Glühen vorgeführt. Musik 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 Der Becksbacher Aero Club hat sich einiges einfallen lassen, um die Zuschauer zu begeistern. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Höhepunkt war jedoch das gelbe kleine Flugzeug mit seinem Piloten. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, 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 ja. Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Man kann sich auf das Jahr 2017 freuen. Untertitelung. BR 2018